Ja, von mir aus aus noch was. Na bitte, da kommen wir jetzt zur eigentlichen Sensation. Ich weiß ja nicht, ob Sie interessiert sind. Aber es handelt sich um den Sagen umwobenen, noch nie zuvor gesehenen. Soll das ein Scherz sein? Bitte was? Aber das... Das gibt's doch nicht. Irgendwo muss er doch sein. Schneider, was soll das? Das war der Jedi, verdammt. Verstehen Sie, was das heißt? Ich hab den Jedi gefangen. Warte, der kommt nicht weiter. Wo steckst du, du misslich?